Hallo, alle diese berühmten Persönlichkeiten und YouTuber, also der YouTuber Olli, Charles Krüger und Professor Sinn und Philipp Amthor und so weiter, alle diese Leute gehören in die Großkategorie der Volkswirtschaftler. Und ich will mal heute sozusagen ganz unwissenschaftlich und platt einfach mal ganz kurz sagen, worum es da geht und was deren zentrale Irrtümer sind. Hier, erstmal der zentrale Irrtum, erstmal um das deutlich zu machen, ihr habt bestimmt schon mal von den Flacherdlern gehört, die wirklich noch an sowas glauben. Und das ist so, wenn man also Kopernikus, Kepler, Galilee, Newton, also echte Wissenschaftler ignoriert sozusagen, dann wird man halt zum Flacherdler und zum Pseudowissenschaftler und Antivissenschaftler. Und wenn man Volkswirtschaftslehre betreibt, ohne Gregor Mendel, Wallace und Darwin zu berücksichtigen, dann ist man eben ein Kreationist, dann ist man tendentionell ein kreationistischer Volkswirtschaftler, also ein kreationistischer, pseudowissenschaftlicher Volkswirtschaftler. Und das sind alle die angesprochenen Personen und das heißt, sie ignorieren eigentlich die Ergebnisse anderer Wissenschaftler und sind insofern Pseudowissenschaftler und in diesem Falle eben umgangssprachlich würde man sie bezeichnen als Kreationisten, weil sie quasi irgendwie ohne Evolutionsprozesse in Wirtschaftssystemen zu berücksichtigen, Pseudowissenschaftliche Volkswirtschaftslehre betreiben. Ja und ich will jetzt gar nicht heute, jetzt werde ich gar nicht viel sagen, also weil ich nicht alles wiederholen möchte. Ihr habt ja hunderte von Videos zur Auswahl im gesamten Internet und so weiter darüber. Und ihr müsst ja nur googeln, zweite Scientist for Future, Mr. 2, müsst ihr nur googeln, dann seid ihr direkt auf der Seite und Startseite hier, World Council of Wise People, zweite Scientist for Future 2. Und dann hier das naturwissenschaftliche Ergebnis zur Menschheitsfrage, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVBL, warum das Gemeinwohl mit Füßen getreten wird, zur naturwissenschaftlichen Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion. Ja, also es ist einfach so, dass all diese inkompetenten volkswirtschaftlichen Denker sich halt letztendlich weigern, sich mit Naturwissenschaft zu beschäftigen und mit der Spitze der Wissenschaft zu beschäftigen, sondern einfach sozusagen dadurch die sozial-marktwirtschaftliche beziehungsweise kapitalistische Perspektive für gut halten und gar nicht merken und gar nicht auch mitbekommen, wie es ihnen schädigt. Also sozusagen ganz unwissenschaftlich gesprochen, lesen Sie doch endlich mal hier darüber, wie unser Ernährungssystem Ihr Leben, Ihre Gesundheit, Ihre Gesundheit zerstört und wie Sie eine erhöhte Krebswahrscheinlichkeit haben, weil der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft genauso ist, wie sie ist im Moment. Und lesen Sie sich durch, wie unser Gesundheitssystem, wie der Patientenverband schreibt, zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden ist und wie diese Evolutionsprozesse verlaufen sind. Und jeder, der über Wirtschaft redet und das nicht verstanden hat, hat einfach null Ahnung. Der hat einfach keine Ahnung, ist ein ewig Gestriger, ist also quasi ein Kreationist, ein vergleichbar mit dem Flacherdler. Und bei Olli muss ich noch einen Punkt dazu sagen, weil seine Videos machen nochmal so richtig deutlich, was Konsumsucht bedeutet. Hier wird jetzt nicht, an dieser Stelle wird jetzt nicht auf die Konsumsucht eingegangen. Also Olli ist als YouTuber extrem autosüchtig. Und das ist ja auch verständlich, wir sind alle süchtig, denn die soziale Marktwirtschaft oder der Kapitalismus zerstört das Leben jedes Menschen so gründlich von Geburt an, eigentlich von Zeugung an sozusagen, dass wir alle sozusagen ein glücksreduziertes und ein wohlfühlenreduziertes und ein gesundheitsreduziertes Leben führen und dann eben irgendeinen Trost brauchen. Und der Olli hat halt als Spielzeug seine Autos und liebt die über alles. Aber das ist eben genau der Punkt. Und das so funktioniert, die soziale Marktwirtschaft. Sie erzeugt zerstörte, konsumsüchtige Menschen, macht uns alle unglücklich und kränklich und konsumsüchtig und tablettensüchtig und was auch immer süchtig, damit wir mehr konsumieren. Und das ist doch keine Gesellschaftsordnung, das ist doch ein Witz. Deswegen, die zweiten Scientists for Future 2 schlagen ja vor, dass das gesamte wirtschaftliche Handeln an unseren zukünftigen Wohlfühllnoten ausgerichtet wird und an unseren Gesundheitskostendaten. Also quasi jeder verdient nur noch dann Geld, wenn er messbar das Wohlbefinden, das Wohlfühlen und die Gesundheit von Menschen verbessert hat. Und der Kapitalismus ist genau das Gegenteil. Kapitalismus heißt, zerstöre das Leben von Menschen, erzeuge so arme, unglückliche, konsumsüchtige Menschen wie den Olli, den YouTuber Olli mit seiner Autokonsumsucht sozusagen. Mach uns alle konsumsüchtig, das ist das Motto des Kapitalismus und das ist etwas komplizierter zu erklären. Ich will aber niemanden überfordern, lest erst einmal über das Ernährungssystem und das Gesundheitssystem, damit er erst mal begreift, wie wir also durch unser Ernährungssystem krebskrank gemacht werden und ein erhöhtes Krebstodrisiko haben, was völlig unnötig ist und nicht nur ein erhöhtes, sondern ein drastisch erhöhtes Krebstodrisiko haben. Und wie unser Gesundheitssystem großenteils mehr Krankheit begünstigt, als dass es verhindert oder behandelt oder heilt. Und wie also die soziale Marktwirtschaft sozusagen eigentlich nur ein schöner Schein ist, eine Illusion ist und nur deswegen so gut dasteht, weil natürlich die pseudokommunistischen und pseudosozialistischen Experimente, die nicht wissenschaftlich durchgeführt wurden und nicht wissenschaftlich gesteuert waren, also nicht von einer neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre bestimmt waren, weil die sozusagen natürlich scheitern mussten und alles zerstört haben. Und quasi wir argumentieren so, ja, weil die pseudokommunistischen und pseudosozialistischen Fehlexperimente so schrecklich waren, sind wir ja mit dem Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft ja so viel besser dran. In Wirklichkeit ist es quasi so, sozusagen, die pseudokommunistischen Experimente waren die Blinden und der Kapitalismus ist der Einäugige und jetzt brauchen wir halt sozusagen eine sanfte und wissenschaftlich fundierte Beendigung der sozialen Marktwirtschaft und des Kommunismus, damit wir eben Zweieugige werden und aus dem Einäugigen Zustand rauskommen. Und ja, also von daher ist eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, für Olli kann ich leider jetzt nicht dienen, weil es würde überfordern, jetzt, es wäre eine lange Geschichte zu erklären, wie genau die Evolution der Konsumsucht in der sozialen Marktwirtschaft ist, aber es würde ja schon mal erreichen, irgendwie, dass überhaupt mal ein kritisches Denken reinkommt in diese kreationistischen, flacherdlerischen, Pseudowissenschaftler, volkswirtschaftlicher Richtung, sozusagen, überhaupt erst mal sich der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre zuzuwenden und da erst mal zu studieren. Ja, das war es für heute. Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi.